als wenigstens noch kuh schade das ist gar nichts jetzt 10 kommt schon 10 10 10 warum nicht die zähne aber wenigstens unten vier weil es das geht das geht so sieht es aus thomas wenn man seine sucht befriedigen will einfach hier gucken dann ist alles cool aber 60 euro ist gut hätte die zehn gemacht werden es natürlich 160 euro das ja geiler schade ich dachte er springt nach oben aber im moment ist mir zu riskant weiter zu drücken nämlich das geld lieber mit aber guck mal jetzt kommt der ohne ende kann da nichts mit machen immerhin 5a ist das beste was wir rausholen konnten versuchen wir mal auf die 140 vielleicht klappt mit ansage sehr schön und schon sind wir back dann jetzt ist wieder gut geld drauf ich sag ja jokers cap hat uns schon oft zurückgebracht sehr schön sehr schön vor der pause noch mal nicht das französische auch gehe alles klappen auch mann geil mann noch mal freispiele vor der pause ist auf jeden fall ein gutes zeichen verlängern kommt schon schade wir haben kaum noch freispiele alter also ohne verlängung besiegt düster aus das schwert hinten das schon mal wichtig das schon mal wichtig verlängerung sehr schön ok sehr schön sehr sehr gut ja muss ich machen auf jeden fall schnittlauch schneider muss ich machen ist hier noch ein bisschen unordentlich und ich mag das nicht unordentlich bin da ein bisschen perfektionistisch wenn das ordentlich ist dann werde ich das auf jeden fall zeigen sehr schön sehr schön guckt euch das an das ist mein geiles bild auf 60 cent da sind die 400 schnittlauch schneider wie versprochen du musst mir nur zeit geben heftig alter jetzt gibt er ohne ende was für ein geiles bild man heftig ja das wäre krass in jedem stream man dann wäre es ja auch wieder langweilig ja stimmt eigentlich kann man machen dann kann man machen kommt noch eine verlängerung schade sehr schön auch noch hinten sehr gut ich glaube nur über my top game lars wenn überhaupt nur über my top game sehr schön jetzt muss man noch ein schwert reinhauen irgendwo sehr gut wieder hin sehr sehr gut alles spitze ist cool tauland auf jeden fall ein geiles spiel frisst aber ganz schön schnell geld muss ich sagen schade da und da sind schwerter vorbeigefahren das wäre es gewesen man heftig noch eins hinten sehr sehr schön die freispiele hören gar nicht auf ne robben scheiß auf fußball wozu hier geht es ab jetzt krass glückwunschlar sehr schön alles richtig gemacht dann ja mal auf jeden fall gold cup ist fußball gucken so sieht es aus dann ja ich auch schnittlauch schneider wo bleiben die pückler was geht schön dass du am start jetzt wie geht es dir 40 dazu um die freispiele noch perfekt abzurunden na das war noch mal geile freispiele wenn vielen dank für 250 spüren bitte triple chance oder gold cup das ist heftig moment vielen dank für 12 euro mein bester ich nehme mal stark an wir gehen zu totem schieß mal sehen und da sind noch mal die 140 sehr schön ich wusste doch totem schief aber das gute ist jetzt habe ich 140 gewonnen dann kann man totem schief auf vier euro versuchen ob der dort was schönes gibt auf jeden fall schreibt einmal bitte alle für mohamed ehrenmann rein alter das ist echt krass man jedes mal mit riesen spenden am start vielen vielen dank vielen dank so ihr wolltet vier euro spiele sehen dann gehen wir totem schief auf vier euro ok einmal karte heute geht der automat gut ab also die leiter knacken wir ohne ende ja mann du sagst sandro alter hier bei totem schief gönnt er irgendwie immer ja mann du sagst reicht das auch schon für karten risiko leider nicht okay dann nehmen wir die 32 euro mit früchte war noch nicht am start also früchte noch nicht gespielt aber kommt auf jeden fall noch die leiter ist ja wild da kann man was machen aber ich meine am ende des tages ist ja totem schief eigentlich relativ ähnlich wie fruchtspieler ab 36 na so war das mit der karte stimmt ja stimmt alles gut schnittlauschneider gehen wir noch hin alles gut du bist ja immer am supporten dann komme ich dir natürlich auch entgegen alles cool es sei denn jemand aus der community ist bereit für deinen wunsch in die bresche zu springen da sage ich doch nicht nein schade ich dachte vielleicht gibt er noch mal 140 er muss jetzt echt mit diesem indianer muss ergeben da ein geiles mit ansage das ist einfach mal 100 euro schon schade ist nur eine linie sehr schön laut war es echt heiß 1 Na mal gucken, ob es noch mal ein geiles Bild gibt. Gute Frage, Daniel. Da muss man schon sehr viel abräumen. Da muss man sehr viel abräumen. Ich kann dir aber gar nicht... Oh, ein hoch wären 5 Typen. Das wären 400 Euro. Schade. Schade, schade. Er will doch noch geben. Der Automat ist echt heiß gerade. Mohamed, nochmal 3,50. Vielen Dank, Bratan. Was spielen wir als nächstes? Worauf hast du Bock, mein Freund? Ne, Mann, Mehmed. Glaub mir, Mann. Wir haben so viele Streams gemacht. Der gibt jetzt einmal ganz gut. Aber dafür haben wir schon über 2.000 bestimmte Streams verloren. Mindestens. Für Schnittlauch. Okay, Schnittlauchschneider. Absoluter Ehrenmann. Mohamed gönnt wieder der Community. Schnittlauchschneider. Welches Spiel hast du Bock, mein Freund? Schreib's schnell rein. Für den Ehrenmod geht der Ehrenbruder Mohamed nochmal eine Spende rein. Vielen, vielen Dank, Bratan, für den Support. Vielen, vielen Dank. So eine geile Community hier. Ich bin echt dankbar, dass ihr am Start seid. Ich versuch's, Himo. Ich versuch's. Auf dem Automaten ist scheinbar die Leiter nicht so gut. Aber wir haben das Feature. Schade, dass da der andere hängen geblieben ist. Da hätte man schon mal eine Dreierlinie safe. Danke, Thomas. Kannen wir gebrauchen. Ah, sehr gut. Okay, schon mal 4 Stück und mal 2. Schade, hätte er mal den 5. reinhauen müssen. Das wär krass. Aber trotzdem sehr guter Gewinn. Muss man sagen, auf 60 Cent ist ganz gut.